Leute, heute spielen Ben und ich eine freshe Neufolge Minecraft und zwar wieder ein Arena-Battle, zusammen mit Ben natürlich. Ich finde das zu lustig, dieses Intro jetzt immer, wenn du immer sagst, Leute, heute. Und zwar machen wir heute kein gemeinsames Battle gegen eine Armee, nein, wir machen heute die Mini-Banks-Armee versus die Awesome-Elina-Armee. Warum bin ich Mini? Also ich bin auch Mini. Ben geht auf diese Seite, baut da hinter seiner Armee eine krasse Base zusammen und dann machen wir ein Battle. Battle! Battle, let's go! Wir können uns alles aus Creative nehmen, aber wir haben nur 15 Minuten Zeit. Let's go! Ich nehme Ferrari, den kann man immer gebrauchen. Ferrari einfach als Abwehrmethode. Panzer! Panzer klingt schon interessant. Habe ich das hier? Oh yeah, das hier habe ich. Das werde ich hier als erstes platzieren. So, da muss die Mini-Banks-Armee erstmal vorbei, Alter. So, dann machen wir hier hinter Lava. Zack, so. Ein Loch bauen wir hier. Perfekt. Jetzt habe ich hier einen Panzer, aber das Problem ist, brauche ich dafür auch einen Mini. Wahrscheinlich schon. Willst du den Panzer benutzen? Oh leu, was habe ich denn? Natürlich, der hat da für so einen Panzer da. Wow, okay, dann werde ich dich aber auch sowas von wegscheppern. Irgendwie brauchen diese Raketen hier dafür, aber ich bin mir nicht sicher. So, was gibt es noch? Dann lassen wir hier was frei und platzieren und machen dann hier gleich noch ein Loch rein. Theoretisch können wir auch die Macht von Walter das benutzen. Machen wir, let's go. Oh, ich habe was Cooles. Set 0. Ah, das war einer zu tief. Also nicht zu tief. So, jetzt richtig. Und jetzt hier fallen. Ah, die muss man hier so platzieren. Da stehe und jetzt auf der anderen Seite. Okay, das war dumm. Wir machen erstmal die eine Seite hier fertig und jetzt machen wir die andere Seite fertig. Okay, das sind schon mal die ersten drei Fallen. Die Spikes, die lachen mich ja jedes Mal an, aber Spikes bringen halt nicht so viel. Leider, weil man da Insta draufsteppen muss. Es sei denn, ich mache hier einfach die Spikes hin. Ja, okay, mache ich hier hin. Ups, und jetzt nehmen wir meine Lieblingsspikes. Ben, kannst du erraten, was meine Lieblingsspikes sind? Diamond. Falsch. Looting. Richtig. Ich glaube, das ist Besonderes. Das hast du noch nie gesehen. Noch nie. Ein Panzer vielleicht. Ja, den auch, aber den meinte ich jetzt dich. So, das sieht hier ein bisschen hässlich aus. Das machen wir noch hübsch. So. Treibsand ist auch immer eine gute Entscheidung, finde ich. Ich glaube, das wird das erste Battle zwischen Ben und mir, wo die Zeit vollkommen ausreicht. 15 Minuten? Ja. Ich habe schon was ganz Geiles, aber jetzt schluck ich gerade ein bisschen. Ich habe auch schon, ich habe noch, ich habe gerade erst angefangen, Ben, Alter. Darf ich eine Atombombe hier platzieren? Eine Atombombe? Uh, die Lastbar, das ist ein bisschen zu extrem. Wie, was ist das denn, Alter? Ey, ja. Kann ich das hier platzieren? Ne, kann ich nur benutzen. Ach, scheiße. Ich dachte, ich hatte ganz viele Ideen, aber habe ich doch nicht. War ein Prank. Bergbau-Laser. Oh leih, ich habe die Atombombe tatsächlich auch gefunden gerade. Gibt es ja wirklich. Natürlich. Chunkloader. Weiß nicht, ob ich den Chunkloader brauche. Der Uranblock. Kautschukfolie. Gummimatte. Wolltuch. Bohrgestänge. Du warst erst mit Diamanten. Ne, das ist was ganz komisches. Was macht die Gummimatte? Blöd die ein. Ne, die macht der, das Wolltuch sieht original so aus wie ein Teppich. Und die Kautschukfolie. Ah, eine Kautschukfolie. Nein, hä? Cool. Die Lava wird zu Stein mit der Zeit. Oh Leute, wisst ihr, was mir jetzt cool ist, eingefallen ist? Aber dann machen wir alles kaputt. Ne, keine Minen dieses Mal. Mit Minen habe ich keine guten Erfahrungen gemacht. Okay, sieht ziemlich, ziemlich nice aus, was ich hier gerade gebaut habe. Uh, Materie. Nehme ich doch nicht. Das macht was. Okay, ich habe einen richtig coolen Plan. Meine Augen brennen von Edding. Scheiße. Ben hat nämlich die ganze Zeit handsignierte Autogrammkarten unterschrieben für den Dr. Banks und Elina Schaub. Falls ihr auch so eine coole Autogrammkarte wollt, von denen Ben die Augen dreht, besucht banks.shop. Zu jedem Artikel eine umsignierte Autogrammkarte. Ja, ja, ja. Mann, ey. Boah, ich habe hier was Cooles gefunden. Aber wie immer weiß ich nicht, wie man es benutzt. Klingt lauter. Eine Tesla-Spule. Boah. Boah, das habe ich auch durchgeforstet. Du hast wahrscheinlich das Geschütz gesehen, ne? Ne, den Teleporter. Das Problem ist mit dem Geschütz auch. Deswegen habe ich das auch nicht benutzt. Ich denke, dieses Geschütz wird auch auf deine eigenen Leute schießen. Stimmt. Das kannst du haben. 7 Minuten 14 noch. Echt, jetzt bin ich fertig. Bist du fertig? Dann mache ich noch mehr Panzer. Ich habe die ganze Zeit mit Panzer geklatscht. So 20 Stück. Was dürfen wir uns an Waffen geben? Alles, Alof? Äh, ich spiele hier gerade mit allen möglichen rum, ja. Nerf-Gun solltest du nicht nehmen. Die machen nämlich kein Damage. Nur so als kleine Clonorant, ne? Ach, Kacke. Das ist doof. Das wollen wir nicht benutzen. Okay, wir müssen jetzt die stärksten Waffen aussuchen, die wir kriegen können. Okay, ich glaube, der hier ist krass. Okay, wir müssen natürlich das erstmal auffüllen. Ansonsten funktioniert das gleich nicht. Dafür brauchen wir auch noch die wertvolle Zeit. Also die Hälfte der Zeit war fürs Bauen, die andere Hälfte war fürs Ausrüsten. Ja, ja, ich bin ja auch gerade am Ausrüsten, ey. Blick, ob ich mir so ein Meck mache. Habe ich ja auch überlegt, aber dann habe ich festgestellt, der kann gar nicht so viel angriffstechnisch und dann habe ich es gelassen. Doch, wenn du ihm Sachen gibst schon, du kannst ihm ja Updates geben. Ja, aber Diamantschneider. Weil, ja nicht. Hilft dir Diamanten aus Stein zu schneiden. Okay, bringt das wirklich nicht zu viel. Perfekt. Fully loaded Cargo. Nee, das brauchen wir nicht. Guns, Passenger Gun 1, Chillmobin. Ja, pass auf, Elina. Ich kann da faxen. Repair, Minen, Shells. Ach du Kacke. Essen brauche ich noch? Ich habe das Gefühl, der funktioniert gleich einfach nicht. Das kannst du haben, ey. Oh doch, der funktioniert gleich. Aber ich darf bloß noch nicht jetzt schießen. Oh leul, das können wir hier auch noch platzieren, Leute. Sicher ist sicher. Oh, das hier sind, das ist hier unsere Munition, die wir hier brauchen. Oh, die Zeit ist over. So, ich markiere die Mittel. Aha, sie greifen sich da hinten an. Ich schieße los. Ey, da stehen drei rum. Jetzt. Oh. Alter, was ist denn das? Ey, hat das dann ja passieren anders. Ich habe mich stärker gemacht. Ich schieße mit einer Panzerfaust, Alter. Hast du auch rausgeflogen? Ja. Der Grandadwerfer war wohl zu heftig. Holy shit, Alter. Das ging aber instant offline. Und Bens ganze Armee ist einfach dead. Und jetzt kann Ben mal hier schön versuchen, zu mir zu kommen. Oh mein Gott. Oh, oh. Alle, die greifen mich alle heftig an. Ja, ich habe hier heftige Verteidigung gebaut. Oh nein. Guck mal, ich habe ein Laufband in die andere Richtung gebaut. Oh haas, Mann. Ha, ihr luscht, dann guckt euch das an. Oh, 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 oh. Einer ist durch. Beide durch. Ja, Lina, ich habe eine ganz schön sichere Base. Gucken wir das mal an hier. Ah, ich bin in den Kautschuk getreten. In den Kautschuk? Ja. Was machst du da? Bist du hier, bist deine ganze Armee tot. Hey, lassen sie das. Oh shit. Die Sniper Rifles wieder am Start. Oh, ne Witz. Jawohl. Oh nein. Oh Gott, ich habe die Lina. Das ist ein Schutzschild. Ich treffe nur deine Lina. Komm, geht da durch. Los, los, Lina. Durch da. Schade. Das bist du alleine, Lina. Ja. Oh, Ben ist in Schlamm drin. Oh, ho, ho, ha. Alter Schwede, Digger. Aber ich habe nicht mehr viel. Ich auch nicht. Oh. Ey, nicht diesen. Guckuck. Ich war schon längst hinterm Stein. Ich hatte noch anderthalb Herzen. Aber eine hat von mir eh noch gelebt, Alter. Strong. Die hat dir jetzt rausgerissen, sagst du. Ja, safe. Leute. Guck mal, ich habe, das war eine umgekehrte Laufrichtung, Laufband hier. Hä? Voll krass. Los. Ja, echt so voll. Cool. Trotzdem hast du verloren. Leute. Junge. Ich hoffe, ich habe die Folge gefallen. Noch so ein Ding und der Granatwerfer nicht ausgefallen. Falls ja. Lass du mir einen Daumen nach oben da. Auto rein. Ciao. Ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.